video logbuch take 1 job jetzt bin ich da beim flo im auto wir schlafen gemütlich im schlafsack und um drei uhr in der fruhr klingelt der wecker wahnsinn ich freue mich schon mega auf die tour morgen hoffe ich hoffe es hat hin bis zu nervenkitzel ist dabei ob die steigeisen daheim vergessen aber ich bin gott sei dank schon fast 20 mal oben gewesen so dass ich weiß dass es gehen muss ohne steigeisen wand die verhältnisse gut passen schauen wir mal was der morgige tag so bringt riskieren werde auf keinen fall irgendwas und Ski-Trag-Tag bis zur Lucknerhütte und in der Morgendämmerung geht es jetzt gleich los und zwar auf Ski. Die Steilstufe von der Lucknerhüttenauffahrt. Die Stüdelhütten sind wir schön umgegangen, schon auf 2810 Meter hinter mir die Stüdelhütten. Anstrengend ist. Jetzt war es um 45 unterwegs, auf ca. 3000 Meter. Da vorne ist jetzt der Flo und dann machen wir Pause. Hier unten haben wir jetzt schon eine Seilschaft überholt, die ist zu Fuß unterwegs. Da müssen wir auf ca. 3230 Meter ungefähr 200 Kilometer unter der Adlersruhe. Endlich in der Sonne. Die Ski geschultert und auf geht's zur Adlersruhe. Ca. 100 Kilometer. Da. 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 Das war's für heute. Einen Bekannten, ja. Jetzt hätt ich euch meine auch gesagt. Voll lieb, aber danke. Ja, hättest du sie gesagt voll zu. Ja, hättest du sie. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sollte Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Lieber Gruß Glockner, vielen Dank, dass du mich noch einmal aufgelassen hast. Heuer drei Mal ist jetzt schon wieder her. Wahnsinn, aber so anstrengend wie heute war es echt noch nicht. Und jetzt kommt der Flo daher, mega. Da kommt die Grazer Kanone daher. Zicke zacke, zicke zacke, oi oi oi. Zicke zacke, zicke zacke, oi oi oi. Ja! Super sauber. Die Grazer Kanone ist fix und fertig. Dein Kommentar zur heutigen Tour? Ja, anstrengend. Schmerzen. Das habe ich oben am Gipzig auch gesagt. Sauber. Super Flo. Super. Mega.